Hier haben wir auch für euch einen schicken Zweiteiler, das heißt ein Rock, der hat hier oben auch die gummimierte Passe und hier unterhalb ist er auch unterlegt. Dieser Rock ist auch aus Fiskose, also ist richtig schön fließend, auch sehr schick von der Flisse her. Ja, und oberhalb haben wir dann nochmals eine hübsche Bluse genommen, diese Bluse ist auch etwas satiniert. Ja, der Rock ist jetzt reduziert von 39 auf 29,90 und diese hübsche Bluse ist auch reduziert von 39 auf 19,90. Beides könnt ihr anziehen, von Größe S bis Größe L. Dieser Rock gibt es auch nochmal, in der Farbe Schwarz, ist ja auch sehr hübsch, hier seht ihr auch mal, wie toll ihr fällt. Auch so beim Laufen, also der hat eine richtig schöne Schwingung, was auch sein sollte bei Röcke. Und die Bluse für 19,90 gibt es auch nochmal, in der Farbe Schwarz. Und die Kaki. Wie, wie ich, ist ja auch sehr hübsch, was auch schon zu dem Rock auch nochmal. Ja, zur Cremeton. Also die Bluse 19,90 gibt es eine Rock 29. Hier haben wir auch einen sehr schönen Jeans-Hock. Dieser Jeans-Hock, der entspricht die Größe M, das heißt 38 wird sehr Größe. Der ist reduziert von 29 auf 25 Euro, die beiden in zwei Taschen, ist richtig schön klassisch, sportlich geschnitten. Also eine super tolle Länge, so circa eine halbe Handbreite übers Knie. Ein sehr guter Dermin, ist etwas Spritztonne. Dazu haben wir jetzt fast das Blusentop ausgesucht. Dieses Blusentop ist auch reduziert von 39,90 auf 24,90. Ist eine ganz tolle Viskose, was sehr hübsch ist, auch hier an der Seite, man hat mit so kleinen Brücheln gearbeitet. Das fährt das Ganze ein bisschen auf. Und dieser vorgedeutete, mit dem Riegel angedeuteten V-Auschnitt. Ja, dieses Teil ist eine Einheitsgröße, kommt im Kreis auch von 39 auf 24,90. Und die hübsche Bluse, die gibt es auch nochmal, in der Farbe Weiß, das ist ja auch ganz toll. In die Farbe Rosa, Kaki Grün, das wird hier sehr, die fällt auch ganz gut aus. Und in der Farbe Schwarz. So, hier haben wir auch einen sehr schicken Rock, eine gute Markenfirma ist der auch, eine sehr hochwertige Markenfirma, du brauchst es auch mit ihr Restaren, für ganz minimal. Hat hier vorne zwei Taschen, einen Reißverschluss, der durchgehend ist. Der Clou dabei ist hinten, das heißt, ich mach. Hinten, wie ihr seht, ist hier nochmal so einen kleinen Falten gelegt, so einen kleinen Faltenrock. Bitte? Die Sprungfalten. Dieser Rock ist größer M, der ist auch nur einmal da, das ist ein Stück Stück. Ist auch, wie gesagt, von der sehr hochwertigen Markenfirma, der ist auch reduziert von 59 Euro. Ist der jetzt reduziert auf, boah, hab ich das vergessen. Das kann passieren. Kann passieren, ich hab ein Deckout. Auf 29, also von 9,50 ist er reduziert auf 29. Und diese Bluse, dieses schöne Top, was man auch so ein bisschen schulterfrei tragen kann, hier vorne mit der Knopfleiste, sehr hübsch auch hier unten nochmal mit der Spitze. Dieses tolle Teil ist auch reduziert von 39 auf 24,50. Das kann man auch ganz gut tragen, von größer S bis größer M.